Ah, brutale Bastion ist super, weil es jumpen jetzt. Nicht so super, weil ich gerade zu Schwitzer da lande. Ah, ich finde nicht. Ich bin Schwitzer-Skin vor mir. Hallo, tschüss. Ich hab schon mal einen Schwitzer-Skin bei mir gehabt, einen Fußballer. Oh, Fußballer seid hart. Ja. Jetzt wollen wir nur simulieren, das waren Schwitzer. Nein, glaub ich nicht. Ich hab einen Fußballer. Ah, ja. Bei mir ist einer. Oh, ich geh mal. Der hat auch keine Ahnung, der hat auch keine Ahnung. Okay, einen hab ich schon mal. Jürgen, da komm auf. Der hat keine Ahnung. Oh, da ist er, oder? Hallo? Das war kein Fußballer. Hallo? Hallo? Ich treffe nichts. Nicht schlecht. Wo ist er? Ah, nein, der ist auch gerade. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Da fliegt einer. Da fliegt einer. Da fliegt einer. Der greift einer. Ja, ich komm schon, aber ich weiß nicht, was ist der Satz. Da rum. Ja. Halt den Zug, halt den Zug. Haben Sie? Jawohl. Ja, ja, ja. Da ist noch einer. Da haben wir keine Ahnung. Da haben wir keine Ahnung. Da haben wir keine Ahnung. Der ist auch getrun. Da haben wir schon. Da, da rein rum. Der ist One-Shot. Der ist One-Shot. Der springt wie ein Jumpet weg. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich kann nicht mehr ballern. Wo ist er? Er fliegt weg. 17-8. Dort hinten ist er. Die ganze Zeit hinten. Das Schneegebiet verlassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt hab ich geklappt. Ah, es ist irgendjemand ganz hinten. Ja. Das ist ja alles, wie er es jüngst. Aber das war immer. Ich hab glaub ich keine Sturmgehammer mehr. Deswegen hab ich ihn noch mal anschissen können. Aber ich hab mit der Pistole noch geschossen. Ganz 17 hinten. Ah, Blase. Ist er noch immer dort hinten? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub. Nein, ich glaub das war der Grenz. Ich glaub der kommt sicher wieder. Ich glaub der kommt sicher wieder und holt mit seinen Kollegen. Ich bin schon offen, weil ich... Ich selber dann kann er nicht mehr mit. Das ist super. Ja. Gibt's ja keinen gescheiten Laden. Der hat nicht... Äh. Nord einnehmen. Äh. Nord kannst du auch nehmen, ja. Cybertron. Cybertron. Obwohl sie das zum Einnehmen. Fuck. Ich fliege runter. Ich bin schon dabei. Cybertron. So. 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 Cybertron kann am Sturmgehammer. Schrot finden. Ah, wann die Schrot finden. Scheiße ist. Egal. Besser ist kein Schrot finden. Spray. Gibt das Spidermelow. Gibt das Spidermelow. Gibt das Spidermelow. Ich hab keine... Schütt. Minis hätte ich für die Zeit als du wüsst. Ah, ich warte noch was da rauskommt. Von... Ein... Einnehmer. Ja. Achso. Okay, ihn, ihn, ihn... Ach du. Okay. Ok. Festen wir haben Minis. Hm. Ob... Die ist auch nicht so schlecht, eigentlich. Er bleibt bei der Arbeit. So. Ahja. Ja. Das ist doch ein Puff. Der ist schon gleich in's. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oder wenn der inzwischen wieder geht der Aste. Wie ist er? Jetzt haben wir das ultimative Vorzeug gepackt. Was haben wir denn denn da gebrochen? Ein E-Bike. Ein E-Pack? Ein E-Pack? Ein E-Pack? Nein, oder? Ja. Ja, kein E-Scooter. Nein. Du weißt, ich bringe eine Fliege noch dort. Das sind die Polz. Jetzt einfach mal ein E-Pack. Vielleicht hätten sie vor E-Pack bringen sie. Ich hab ein bisschen Lügelbacher. Ich hab die Plattform gesessen. Komm schon. Der ist ja unter mir. Da ist noch dort was. Das sind die Bots. Das sind die Bots. Boah! Gut, ich nehme die He-Card mit. Und los geht's. Der ist E-Back-Aus sicher zusammengegangen, oder? Wahrscheinlich. Ah, nicht weg. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ich weiß nicht. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Der ist ein Schiff. Bist du nicht direkt so schnell... Jürgen? Jürgen, bitteschön! Jürgen, jürgen! Jürgen, du musst... ... auf eine 8-speed-game Skyrim... ... was ist grad? ... ... Oder Skyrim ist online Ne, das ist voll online Ist das noch online? Oder war das noch online? Welcher ist es heute? Kommt da vor! Heute ist der... 24, ich glaube bis 27. gehts oder so Gratis, oder? Ja, und wenn du das Kars kriegst, dann gratis Rücken, das war an Porten Flächelig Skydon K x 2 Ich bin ein Blucher. Ich bin ein Blucher, Manns. Die ganz natürliche Blucher sindUCK Die sind in Abbruch bezahlt Die sind in Abbruch, die sind in Abbruch Die sind schon im Abbruch Kein Gegner in Sicht Ich schleiche da jetzt um über den Scheiß-Bastion Da drüben ist Loot Den könnten wir uns holen Ich geh mit dem Dummy Kommt mit, auch wenn du es beschützt Wo wir das legendären Loot Ein Problem ist, dass ich da vorne schon leid Wo ich die Fälle umschützt Da war noch viel leid Da wieder Ich geb's auch noch Saftel dann Du bist ein legendärer Luthring Ja Aber der Strafen wird immer kleiner Also das ändert sich immer Der Strafen wird immer kleiner Und dann wird es episch Dann wird der Strafen wieder kleiner Dann wird es blau Und ja Man muss es schnell sein Wenn es legendär ist Ah, f**k Ah, f**k Gut Ja, so ein Hauk Ja, da kommen wir zusammen Das ist blau Also, deep, deep Ja, deep blau Da passiert irgendwas Du riftet was Wir wissen, ob das geriftet ist Wo hast du ihn gesehen? Ich meine, da ist was hergeriftet Pisten Wir lassen Wir lassen Wir lassen Wir lassen Wir lassen Die Hauk Die Hauk Die Hauk ist super Der macht sehr viel damage Demo Die Hauk Ah, jetzt schon Links sind irgendwo schiessen Die Säune Ja, ja Ich habe schon gesehen Ich habe schon gemerkt Ich weiß nicht, ob wir da Ich weiß nicht, ob wir da Ja, gehen wir mal hin Ich weiß nicht, ob wir da Ich weiß nicht, ob die Vielleicht gut sind Alter, schau es doch Aber Ich glaube nicht, wir sind Die Säune Die Säune Die Säune Die Säune Bei der E-Modelle Oh mein Gott, der John Wick ist hinter mir John Wick John Wick Wick hier Ich habe gerade eine Flucht Ja Das ist allein Das ist allein John Wick Der ist die Flucht nah Der Jünger ist noch am Leibner, oder? Oh, jetzt geht's schon! Nein, das geht nicht! Ich glaube, ich muss da rein! Ich bleib da stehen! Nein, geht weg! Scheiße, ein Auge! Der weiß noch, wo ich hier bin, glaube ich! Bewegt mich nicht! Scheiße, die Hände sind noch leidend! Fuck you! 8 Sekunden, ich stirb! Bitte so! Bitte so! Bitte nicht! Geht weg! Bitte geht weg! Es sind alle vier da! Ich habe so ein schein Loot gehabt! Das will ich nicht! Ja, das will ich auch nicht! Geh weg! Alter! Es geht so gut, die Karten schnell! Ja, ich fahre! Ja, ich fahre! Alter! Ich habe noch ein paar Sattel drin gehabt bei mir! Was hat das? Alter! Ich habe gesagt, wir sollten den nicht angreifen! Ja, mei! Eine ganz blöde Idee! Der Farmer steht da schon mit hinter mir! Die Fuchtel mit der Waffe! Fuchtel mit der Waffe! Was hat das denn, Solle? Ich bin gleich an der Ecke! Okay, wo ist der Robin? Robin, wo ist der? Meik, warte mal! Rechts, rechts, rechts! Wo war's? Wo war's? Alter! Ah, wie! Davon wir schon wieder geschossen! Ich muss zu einem anderen Restartbus! Wo muss ich hin? Insel? Scheiße, die! Äh... Dort hier vielleicht! Ja, da ja! Die Treppe blockiert! Scheiße, auf den Sabaton-Kanal! Ich brauche die Saftel! Da vorne ist ein Restartbus, aber das könnte gefährlich sein! Das hätte ich nicht riskiert! Ja, eigentlich auch nicht! Wenn wir wissen, wenn jetzt ohne ich gehe! Okay, den haben wir gestartet! Ich gehe zu, wo ich markiert habe! Bessere Idee! Aber schön! Zonenrand! Let's go! Okay, gut! John Wick! Welcher John Wick war's? Der gefürcht! Der gefürcht! Alter! War eine schlechte Idee, der Zugriff! Auch egal, die hol ich wieder zurück! Die gute Loot ist zwar verloren, aber... Wo ist der Restartbus? Ah, nein! Alles da unten! Ein Grüssli! Ein Grüssli Pfer! Let's go! Okay! Versucht! Ein kleiner Loop! Alles weg! Wie viele damage macht jetzt der Sturm? Ah... Einser! Aber wahrscheinlich gleich zweier! Wenn ich in die Zone zurückgehebe, ist glaube ich schrecklich schlecht! Die liegt nicht mehr! Lootet den Ort da herum bei mir! Da sind ein paar... Da ist MK, da ist Muni... Da ist noch ein Kissen... Da liegt noch Minis... Da kommt uns das zu einem Restort, aber da können wir nicht rein... Werde ohne Waffen zu opfern... Eine legendäre... Okay, wir sollten in die Zone gehen! Das ist jetzt ein Problem! Wir sind nicht... Oh mein Gott! Du wechseln! Wo gehen wir hin? Du dumme! Mist, quer durch die... Da kommt der Auto! Achso! Okay... Das ist der Grüssli Pferd! Okay, komm zu mir da! Wir müssen in die Zone! Ich glaube das Auto sollte man schnell lassen! Ich kriege das Geld nicht mehr raus, oder? Jetzt liegt noch Bigi vor mir! Ein paar Minis... Also brauchst du noch Minis? Ja! Oder... Ich würde sehr... Das habe ich! Habe ich! Okay! Ja! 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 Schüsse rechts von mir! Und hier! Kann ich jetzt noch nicht von mir laufen? Ja! Das ist einer! Ich bin da... Ich bin da... Und hier... Das ist einer! ...und jetzt bin ich noch nicht... Ich habe die In-Ide 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 in-Ide! Wir sind nicht nur noch 4 Dmicks, 4 Dmicks... Ich bin da... Es ist ein Gegner! Hülle, 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 Hülle Robi, die Pusht, ja? Ja, ich merke, ich merke John Cena, John Cena, John Cena Oh, scheiße Geh scheiße, Alter, der hat sich auch licken Er ist der Jürgen Er kommt nach Werke rein Ja, der John Cena Pass aufs Fenster, Jürgen, rechts von dir Fenster Er ist aus zu halb Ja, ja, er ist über uns, glaube ich Geh mit unsichtbarer Schiff Unsichtbarer Schiff Wir müssen Nein Wir sind da oben, wir sind ziemlich gefordert Jürgen, wir müssen Wir müssen weg von da Sind ja sie bei uns Hey ho, ist die Headshot Gott, ist wunderbar Er passt jetzt auf, wie das glaubst, gibt's das Weiter Ok, ich mache unsichtbar, Jürgen, rein in Richtung Zone Rein Rein, 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 rein Warte, Kall Nein Ich hab das sehr gut zu ihm Hallo Ja, ja, ich versuch's Nein, ich stehe schon wieder dicht von vorher Der Sieger stehe jetzt nicht von vorher Er ist ja hin angebringten Schilddum Ich weiß nicht, warum wir in die Zone, ich versuche besser zu hin Jürgen, haufert Ich kann nicht warten, ich muss in die Zone Ich bin jetzt kein Ja, scheiße, in die Zone kommst Auf jeden Fall Auf jeden Fall Wir verfolgen vier Leute Ja, das sind ja Viere Ich muss schauen, dass ich in Robi zurückkomme Wo bist du hin? In die Zone Ok, ich bin in der Zone Ich hab nichts zu hören Ich hab zwei Safteln, Jürgen Ich weiß nicht, dass die letzten Viere sind, oder? Jürgen, du hast da zwei Safteln drin Ja, ich glaube schon Ich hoffe sie hat mich nicht gesehen Aber die werden mich gleich bemerken Das ist sehr, sehr schlecht Das ist ganz, ganz schlecht Aber egal, ich baue dazu, starte den Robi Und dann mache ich mich unsichtbar und hau an Mit Peter meinst du? Achso, mit Peter, Entschuldigung Egal Jürgen, es sind zwei Teams Verschiedene Drei Teams Ja, die kämpfen gegeneinander Ja, Jürgen, du musst in die Zone gleich Ja, Jürgen Oh, bis ich gehöre mich zu viel nicht Ja Ich mach mich unsichtbar Ich kann mich nicht unsichtbar Ich kann mich nicht unsichtbar Scheiss, Geil Wir misst die Zone da oben Ok, ok Ich bin unsichtbar Da vorne sind uns Da vorne sind uns Wo bist du? Dort zu mir herum Da auf dem Baum auf Der ist noch in der Zone Da kippe ich dann eh leicht da oben Ok, 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 wo sinds, wo sinds, wo sinds, wo sinds Wo sinds, wo sinds, wo sinds, wo sinds, wo sinds, wo sinds Da unten steht einer Ich sehe ihn Der Fatl Team Sina, Team Sina Wenn ich jetzt selber dran kann habe, war das göttlich Aber egal, hab ich nicht mehr Sina ist da drin Zeit 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 Wir müssen jetzt ansonsten nachher gehen Trinken Ah, ich treffe ichs Der Breit, der Breit Oh, ja BDG, BDG Scheisse Ich schieße Ich versuche es Ja, ich versuche es Zone Oh, ich hole mich 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 Da Ich hole mich 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 Saftel, Saftel, Saftel Ich hole mich Ich hole mich Ok, Jürgen, wir verloren Das ist viel gegen Anzügen Na Britta Hey, wo ist das letzte Team? Ich hole mich John Cena? Es古htelick Tyakala Team Cena